Naaaaaaaaaaaaaah! Naaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Nein, das ist kacke. Ich sag einfach Hallo und einen Verdammt! Das ist mein Spruch! Ein fantastisch Tag! Scheiße! Und ich bin schon runtergefallen Cool! Nimmst du auf schon? Ja ja schon längst okay hallo leute ich wünsche mir einen fantastischen tag ich bin das kun alias christel das und ihr findet wahrscheinlich mein kanal in der beschreibung das heute die beteilung steht stehen ich habe den ersten sprung geschmahl ist einfach aber danach das mit der lava ja ja das geht das ist bei mir total einfach bloß ich kann nicht das machen soll ich komme so ich musste auf die stufen das habe ich heute bei der ersten aufnahme auch herausgefunden aber ich komme höher als zu als zu dieser leiter bin ich noch nie gekommen also doch einmal runter gesprungen und dann hat der andere spiel aufgegeben weil ich einfach so pro haft war oft ich verstehe wie soll das gehen nicht übel schwer die ist auch leicht dies leicht ge nachdem ich die treppe hochgegangen bin was muss ich machen ich habe schon zehn tut und du einen ja weil ich ganze nur behindert im kreis laufe du bist auf jeden fall der superchamp master auf die sache auf jeden fall doch keine ahnung was ich da machen muss verstehe es nicht und ich will mikrofonständer okay ach guck mal hinten bist du hallo du bist aber schon gesprungen so geht es scheiße nein jetzt hast du einen vorteil fack nein meine eigenen aufnahme will ich bitte nicht verlieren fack doch arschloch alter das wird dich auf youtube kommen wenn ich verliere alter was macht der andere spieler warum ist hier bris gaming was meinst du warum sind ein paar leute hier spektatoren anderer typ spektator du meinst du uns hier jemand zu kann schon sein die warten bis die map frei wird bis wirkt bis die dran kommen das war bei mir auch aber wir können ja eine stunde spielen und die können lang warten wir werden schon ein bisschen länger brauchen okay also bis zur leiter ist ja jetzt alles locker ist aber das runterspringen das ist schon wieder eine andere sache das runterspringen ist total einfach ja aber danach das kenne ich schon von anderen schatten ranz ich komme auf den sprung nach dem runterspringen nicht klar also eigentlich und jetzt gehe ich total vorsichtig vor weil ich nein alter ich bin so schlecht hier ich habe doch alle jahre tode wie du ist das allererste mal dass ich das spiele alter das sind ganz mal jump and runs man ja trotzdem ich meine von aufbieter sind die total unlogisch das ist gar nicht erst unter springen und so alter man bei mir aber wahrscheinlich voll wie ich auf die tasten drauf bei mir nicht das ist der vorteil bei einem heizet ich weiß ja aber ich brauche echt so mikrofonständer damit ich den in der nähe von meinem ach da bist du ich das bist nicht mal du ach das können mehrere gleichzeitig spielen ja xxxx gaming ja nein der spektatete das läuft bei mir auch die ganze zeit ach so da macht einfach nur ein bisschen mit einfach ein bisschen finger üben aufwärmtraining alter scheiß das bin ich zu dumm um den ersten sprung zu schaffen alter ich bin fast am ziel aber ich will nicht sagen weil oh gott ach da bist du aber ich bin so schlecht ja ich bin am start alter so zwei sprünge noch da bin ich am ziel glaube ich bin zu dumm um den ersten sprung zu schaffen okay noch nicht nein scheiße ooooh bei einem von den letzten sprüngen ich kenne ja die map schon ich habe ja ein bisschen privat schon gespielt bei einem von den letzten sprüngen alter und jetzt schaffe ich den ersten nicht mal hm wir haben es halt drauf sprint bug geil cool du hast mich aufgeholt und ich fall noch mal runter ja ich bin so richtig schlecht gerade ja das video wird auch so 20 minuten dauern wird minimal aber jetzt will ich mich wieder überste pro weil ich mit noob spiele nein das ist nicht jetzt da kannst du nicht sagen ich bin nur ich habe das noch nie im ganzen gespielt ich höchstens mal ich habe ganz in anderen sehr oft von vor allem zu werbel games oder so ja ich habe ganz richtig jumpen ranz und vor allem superchamping noch nie mein leben gespielt wir können dann auch ja meine hart mehr probieren ich habe bestimmt keiner von uns machen wir dies ja können wir danach machen ich schaffe die hier schon nicht ja ich verkack auch gerade am ersten sprung aber ich verstehe jetzt wenigstens wie man das machen nein scheiße was machen kann ja wie man wie man was spiel spielt aber das entschädigt Moment, Moment mal, kann man nicht theoretisch? Oh ne, ich dachte, das wär cool gewesen. Schade. Alter, 30 Tode. 29 Tode. Krass. 30 Tode. Schon hab ich dich wieder überholt. Die Sprünge nach oben sind voll fies. Die zur Seite gehen ja, aber die nach oben. Die, die... Ja, die, bei den harten, da gibt's welche, die was nach oben gehen und vier Blöcke bei dem Fernsehen. Die sind Harst. Hart. Hast. Hast. Die sind hofft. Die sind hofft. Genau. Ach, nein. Nein. Ja, ich hab's genau gesehen. Nein. War fast fertig. Ah, ah, danach kommt noch was. Das da hinten ist nicht das Ziel, weil da war ich genau auch schon. Genau auch schon. Okay, man ass lasst Deutsch heute wieder. Fuck. Wenigstens verkack ich immer am Anfang und nicht wieder ganz am Ende, so wie am Anfang. Oh, oh. Okay. Der erste Sprung, wir haben... So, welchen wir noch mal wieder heute? Was? Dein Deutsch zeigt sich heute wieder von seiner besten Seite. Ja, weil wir einen Deutsch-Test geschrieben haben. Nachdem bin ich immer so ausgelogt. Zusammen. Oh, nein. Ausgequetscht wie ein alter Schwamm. Auch neue Schwemmes können ausgequetscht werden. Aber das hört sich nicht so dramatisch an. Bra-ba-ba. Okay. Ausgequetscht wie... Vielleicht ledig epische Hintergrundmusik noch dahinter. Genau. Ich lege epische Hintergrund-Gee. Schichte, genau. Scheiße. Ah, ja, hab's wieder gesehen. Schon wieder. Nein. Nein. Ah, jetzt ist mal ein bisschen zu weit gesprungen. Danke, Spiel. Ich glaube, wir machen eher, wir spielen zehn Minuten lang und wir haben wenigsten oft den Stierpack gewonnen. Ach. Dann greife ich mehr Erfolgsaussichten bei uns. Dann bleibe ich ja lieber einfach die ganze Zeit stehen. Dann habe ich auch null Tode und habe gewonnen. Dann spiele ich PvP mit den anderen Leuten. Hey. Nee, aber... Es geht schon bloß, ich bin immer zu behindert. Oh, jetzt auch. Okay, jetzt geht's bergauf. Eigentlich geht's jetzt gerade bergab, aber so bildlich gesehen geht's bergauf. Jetzt geht's bergauf. Oh, der war knapp. Bin also 45 Mal gestorben. Ach, hinter mir ist auch gerade ein Stockzetter. Ja, mir auch gerade. Nein! Scheiße, da bin ich einfach runtergelaufen. Also halbwegs runtergelaufen. Am Rand bin ich doch mal... Ich habe mich so aufgeregt, dass mein Headset verrutscht ist. Ich weiß, du schmeißt jetzt dein Headset weg. Das war bei einer Aufnahme bei TTT auch schon mal. Da habe ich mich so aufgeregt, dass mein Headset fast vom Kopf geflogen ist. Und jetzt öffnet sich auch noch. Avira, genau. Einfach das Headset runter schmeißt, weil mir so aufsteckt. Das Handy gegen die Wand werfen. Das muss doch auch... Flappy Bird oder so. Das Handy gegen die Wand werfen, das ist ein teures Samsung oder ein teures iPhone. iPhone 5S? Hashtag Insider. Hashtag Insider. Also jetzt bist du leid, das ist jetzt alles lockerer, easy. Das kann ich schon mal. Lockerer, easy. Ich kann ja das alles so zusammenschneiden. Ah ja, ich habe gesehen, wie du gerade runtergestürzt bist. Bin ich runtergestürzt? Ich bin zurzeit noch richtig. Hallo, du bist da hinten. Guck mal. Scheiße. Oh Mann, warum hast du nicht geguckt, bevor du in den Tod gesprungen bist? Ah, ich kann dich immer noch sehen. Du bist an der Startplattform. Oh, das hört. Scheiße, ich bin gerade einfach in die Lagerwahl reingelaufen. Einfach so. Ja, ich habe gesehen, wie du gebrannt bist. Gebrannt bist! Du gebrannt hast. Gebrannt bist, stimmt schon. Nein! Dieser eine Sprung, da mache ich einfach keinen Doppelsprung und dann bin ich geahnt. Kann ich einen Doppelsprung machen? Ne, äh, Doppelnet hast du, meinte ich. Äh, Doppel-W. Doppel-W. Also springen halt. Ich spiele nicht mit Shift-Sprint. Sprint. Ja. Ja, ich spiele... Geht das? Kann man mit Shift sprinten? Äh, seit 1.7 schon. Alter, wehe, jetzt geht, äh, wehe, jetzt geht der Akku von meinem Laptop aus, gell? Ich habe hier gerade irgendwie kein Stromkabel da. Hm. Dann schließt auch ein Netzteil an. Ja, genau. Du hörst dich schon an wie eine von den Let's Play-Forum. Also da hast du Strom, ähm, da hast du Strom zu wenig, da musst du erst mal ein Netzteil anschließen. Das ist genauso geil wie, ähm, ähm, mein Computer ist kaputt. Hast du schon noch mal neu starten versucht? Das sagst du dir ja. Das hilft mir voll oft. Neu starten? Ja. So, jetzt, wenn ich wieder hier runterlaufe. Ja, was? Nein. Oh. Was? Was? Ich laufe einfach in die Lava. Was? Ich sehe das Ziel, ich sehe das Ziel. Cool. Ich bin froh, wenn ich zur Lust bin. Nein! Nein! Au! Stirbst du gerade oder hast du es halb seine runtergehaut? Hallo Joker Face. Da bin ich einfach rückwärts runtergegangen. Halt ein Shift, äh, beziehungsweise tu schleichen. Ja, tu ich ja, aber dann, tu ich, ja, aber wenn ich wieder, ähm, äh, loslaufen will, dann muss ich ja ein Shift loslassen. Und dann tu ich zuerst Shift loslassen, aber bin noch auf dem S-Knopf. Achso. Und die ganzen Spectator um mich herumregen mich schon ein bisschen auf, ein bisschen. Jetzt weiß ich wenigstens, wie lange die Aufnahme schon ist. Ja, 10 Minuten 53, oder? Ja. Ein bisschen weniger. Wir haben kurz danach erst angefangen. Oh, ja. Hey, da bist du, guck mal, jetzt rechts neben mir. Äh, von dir aus links. Hallo. Hallo, na. Spielst du auch das Spiel? Alter Spectator, verpiss dich. Das war alles, der Spectator seine Schuld. Ja, genau. Spectator sein Schuld. Das Feuer ist Schuld. Die Regierung macht uns platt. Alter, wie du schon 63 Mal runtergefallen bist. Eigentlich dachte ich, dass ich so oft runtergefallen bin, aber dann habe ich deinen Namen plötzlich gesehen. Spectator, verpiss dich. Ich raste hier gleich aus. Also, ich raste hier. Ich. Wie geht das nochmal, dieser Spruch? Ich drehe gleich am Rad. Ja, genau. Ja. Altdeutsche. Er klatscht das. Gleich klatscht das. Ich glaube, Avira aktualisiert. Moment. In der Aufnahme, Avira schließen. Moment. Obst gleich Zuschauer. Habe ich letztes Mal auch gemacht. Aber auch in der Aufnahme. Fick dich, Avira. Öffnet sich das einfach so. Nein. Ich habe wieder runtergegangen. Also, also, echt. Das hätte ich schon tausend Mal geschafft. Hätte ich, wäre ich nicht die ganze Zeit runtergemoonwalkt. Ich bin einfach ein bisschen behindert im Kopf. Ich kann es einfach nicht. Ja, in Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Oder mir fehlt einfach die Übung, ist die andere Möglichkeit. Nee. Aber wie ich einfach immer bei der gleichen Stelle runterfalle. Ich finde das voll schlimm. Ich glaube, ich will doppelt, äh, doppelt Jumpma, äh, weiß schon. Ah, Double Jump. Ich bin Gott, ich bin jetzt runtergegangen. Sag ich doch. Das kann man nur den Besten. Nein, ich probiere einfach Double, also Sprint halt zu machen. Und ich verpalze einfach zweimal zu drücken. Dann laufe ich einfach im Abgrund runter. Wie alle immer sagen, dass man bei 1.7 mit Shift sprinten kann. Das geht doch eigentlich gar nicht, weil mit Shift... Das kann man irgendwie anstellen. Ja schon, aber mit Shift tut man ja eigentlich sneaken, oder? Ja. Warum kann man dann... Also, ich sneak ihr damit. Ja, ich auch. Oh, 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 oh. Ich bin wieder in die Lava reingelaufen. Also bei 20 Minuten hören wir auf, oder? 20 bis 25, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann spielen wir eine andere Mittel... Eine saubildesigen Let's Planung, das 25 Minuten dauert. Ah, eben 20. Also, für richtig vorstelle ich Leute, die richtig gut Let's Planung können, und dann dauert das wieder einfach eine Viertel der Stunde oder 10 Minuten sogar nur. PewDiePie! Das finde ich unfair. PewDiePie! PewDiePie macht teilweise wieder über drei Viertelstunden mehr dauern. Ja, aber die Happy Wheels Parts und sowas von dem dauern auch nur zu Minuten. Echt jetzt? Ich schaue PewDiePie nicht so oft. Ich habe ihn früher geguckt, seitdem sein Happy Wheels Let's Play vorbei ist, schaue ich den auch nicht mehr so oft. Ab und zu vielleicht so seit dem neuesten das South Park Let's Play, aber also umso nicht so. Früher oft am Nische geschaut, oder das seine RPG Maker spielt, aber die macht er auch nicht mehr. Ach stimmt, sein RPG Maker... Spiel. Seine. Mehrere. Ja, aber dieses Gruselspiel da. Das sind nicht seine, also die Let's Play dann nur da so. Ja, aber ist auch witzig so, wenn der sich so erschreckt. Ja, das ist sehr witzig, wenn der so Ayoioni und Night... Ayoioni, genau, so ist der Scheiß. Ayoioni! Und Witch House. Das sind voll cool die Spiele. Witch House kenne ich nicht mal. Das hat er auch Let's Play, so. Das hat sogar gute Grafik einigermaßen, als für eine Piggy Maker Spiele halt. Dein Deutsch lässt aber auch zu wünschen übrig, oder? Halt die Fröße, ich habe heute Deutsch geschrieben. Wow! Alter, ich wäre fast bei der Platte vom Rückwärts runtergelaufen. Respekt. Das kann auch nur nicht still. Das kann nicht auch nur... Mich wundert es, dass mein Internet noch gar nicht abgeschmiert ist. Okay, vorhin hielt es auch eine Stunde aus und dann ist es abgeschmiert. Für fünf Minuten. Ich verstehe nicht, was ist mit... Scheiße! Und dann sagst du zu mir, dass mein Mikrofon übersteuert, oder? Ich raste auch hier gerade aus. Nein! Ganz übersteuert nicht, das wird einfach laut. Ja, das wäre ein bisschen scheiße, würde mein 180-Euro-Mikrofon übersteuern. Ja, genau. Mein 40-Euro-Headset, da kann man es ja noch verstehen. Das ist ein 5-Euro-Headset. Deins? Ja. Meins hat 40 Euro gekostet. Und es ist auch so gut wie deins. Das habe ich gerade auf. Weil meine richtigen Kopfhörer mit Plüsch und so... Fuck! Irgendwie meinen Computer nicht mögen. Also ich stecke ihn ein und dann steht da eben, ja, er kann tut's so. Und dann spiele ich eben ein Spiel, aber es kommt halt alles noch aus dem Lautsprecher raus. Und nicht aus meinem... Vielleicht vollständig gesteckt? Nö. Oh, was war denn das gerade? Weil ein Kopfhörer... So weit ich weiß, braucht ein Computer-Mikrofon Nummer 2-Stecker. So, wie mein's? Kein Mikrofon, Headset. Äh, Kopfhörer, Kopfhörer. So einfach nur Kopfhörer, bist du sicher, dass du richtig angesteckt hast. Also sowas wie ein Headset ohne Mikro. Ja, ich weiß, was ein Kopfhörer ist. Ich könnte einfach mein Mikro hier runterbauen und hätte ich auch ein Headset. Geil. Wir spielen uns übrigens schon ein Viertel der Stunde und ich habe fast 99 Tore mittlerweile. Also 91 Tore habe ich... Warte, 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 ich bin gerade auf einem guten Weg. Ich fahre gerade auf einem guten Weg und habe mich kurz vor dem Ende runtergefallen. Hast du auch schon ans Ende gesehen? Ja. Geil. Ach, dann bist du wieder am Anfang. Cool. Olga. Ich bin gerade eben runtergefallen. Ich darf mich nicht so... Ich bin das voll asozial. Ich vergesse die ganze Zeit zum Sprinten einfach. Boah, war der knapp. Ich dachte schon, dass ihr ab der Hälfte wieder runterfallt. Alter. Okay. Okay, jetzt erstmal Hände abtrocknen. Die sind total schwitzig. Voll nass. Okay. Ich hasse das. Kleine Kinder spielen draußen. Ich bin Fußball. Cool. Ja, nur so am Rande. Falls man irgendwie schreiende kleine Kinder hört. Nein, hört man nicht. Gut. Boah. Das ist doch nicht dein Ernst. Hat er nicht gesagt. Hat... Was hast du gemacht? Runtergefallen. Cool. Ich habe einfach mal zu locker schlockig. 20 Tote mehr als du. Am Anfang hatte ich 10 noch... Okay, was das jetzt war, habe ich jetzt auch nie verstanden. Ach, da hinten bist du. Ich habe dich gesehen, wie du gerade runtergesplumpst bist. Gesplumpst. Gesplumpst. Aber siehst du, du kannst es jetzt schon... Besser. Danke für diesen Sarkassismus in der Stimme. Nee, das war eigentlich ernsthaft gemeint. Aber vor mir war plötzlich dann ein Spectator. Und ich habe mir nur gedacht, what? What? What the hell? Nein! Alter, ich habe ein Headset auf, ne? Das tut ein bisschen weh. Alter, die Fresse! Also jetzt nicht wegen Grauschel oder so. Das wurde ein bisschen laut. Ja, dann weiß ich mal, wie schlimm es war, als du vorher ausgerüstet bist. Soll ich nochmal schreien? Das geht ganz einfach. Ach. Ja, bei 100 Toten schreie ich und dann wird der Part beendet. Mann! Okay. Ich stelle es vor... Das ist eine Easy-Map, Mann! Gibt es da nicht auch Übungen? Ich glaube, nächstes Mal spielen wir lieber Survival-Games. Ey, schau mal. Scheiße. Siehst du mich? Ich will mich nicht bewegen. Ich stehe in der Lava drin und werde einfach nicht zum Anfang gebotet. Ach, das war bei mir, wo der andere gewonnen hat. Hab ich gewonnen? Ich bin am Start. Ich habe gewonnen. Nein, ich stehe jetzt einfach in der Lava und kriege auch irgendwie keinen Schaden. Dann bewegt dein Lauf ein bisschen rum. Oh Mann, jetzt bin ich doch gebotet worden. Ich wollte da uns nur stehen bleiben. Du hast 99 Tode, Mann. Bei 100 musst du sowas dann auslasten, ja? Ja, 10 fix, du Scheißteile! Ich habe noch 11, 10. Ich habe noch 11. Ja! 8! 7! Scheiße! Ach, danke! Wenigstens nicht am Anfang verreckt. Wir haben fast 20 Minuten erreicht und du hast... Ja, also 100 Tode möchte ich schon schaffen, dann höre ich auf. So als Meilenstein, ich will schon mal 100 Mal in der Folge sterben, oder? No! Nein, nein, das sehe ich nicht mehr ein. Ich warte jetzt da hier. Nein, nein, das sehe ich nicht ein. Ich kann es eh nicht. Nein! Pussy! Darunter. Ich spring jetzt da runter. Scheiße, geh nicht. Nein! 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 Oh! Hast du... Gerade noch auf den Block gesprungen. Nein! Das ist schlimmer als Fappy Bird. Ah! Der arme Kedos, der hat über 800 geschafft. Alter! 800 Tode? Ja. Ja, oder? Fappy Bird. Nee, hier. Hier, 800 Tode. Jo. Die haben eineinhalb Stunden gespielt. Aber ich bin 20 Minuten. Mal. Jetzt siehst du nur noch drei Tode, dann raste ich auch aus. Aber dann bitte beim epische 100. Tode und nicht einfach nur so am Anfang derb. Ja, genau. So wie jetzt gerade. Derb. Untergefallen. Alter, da bräuchten wir GameTV. Der kann doch so gut ausrasten. Ja. Scheiße. 99. Komm, jetzt. Im letzten Rush. Komm. Go, go, go. Go, go. Ja, tut die Hand weh. Alter. Scheiße. Ich bin auch schon bei den 21 Minuten angekommen. Und ich glaube, das wird heute nix mehr, oder? Nein. Ich werde meine Hand die wieder bewegen können. Cool. Läuft bei dir. Ja, dann mach mal Schrägstrich live. Ich kann gerade nichts machen. Okay. Aua. Scheiße, geht nicht. Hä? Gut. Ja, ich hab gewonnen, weil du aufgegeben hast. Also, Leute. Hallo, nix für nix Zuschauer, der mich gerade hier hört. Ich danke dir, dass du das wieder angesehen hast. Und wünschst du dir noch einen fantastischen Tag. Ich hoffe, ich habe jetzt seine Stimme mit aufgenommen. Ja, hab ich. Okay, dann wünsche ich einmal Tschüss und bis bald. Tschüss.